Musik Schon seit Jahrhunderten begeistern Feuerwerke Menschenmassen auf der ganzen Welt. Gemeinsam mit einigen befreundeten Pyrotechnikern haben wir ein Großfeuerwerk zu Testzwecken geschossen, wo wir verschiedenste Neuheiten und Effekte ausgetestet haben und wo ich die Gelegenheit genutzt habe, um euch mal hinter die Kulissen eines professionellen Feuerwerks mitzunehmen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.